Der Apfel fällt nicht weit vom Stamm, das trifft offensichtlich auch auf Lothar Matthäus und seinen Sohn Milan zu. Zumindest optisch sieht der 7-Jährige seinem berühmten Vater wie aus dem Gesicht geschnitten aus. Gemeinsam mit seiner Mama Anastasia besucht Milan das Oktoberfest in München. Dabei posiert der kleine Mann schon wie ein Profi für die Kamera und beweist echte Modelqualitäten. Nur wenige Tage zuvor sehen wir ganz ähnliche Bilder seiner Eltern. Und diese Aufnahmen sind vor allem deshalb so brisant, weil Lothar und Anastasia eigentlich seit Anfang 2021 offiziell geschieden sind. Sehen wir hier also nur Freunde, die gemeinsam ein bisschen feiern? Oder bahnt sich da etwa ein Liebes-Comeback an? Eines steht auf jeden Fall fest. In Lothar Matthäus' Liebesleben wird es einfach nie langweilig. Ein bisschen feiern, ein bisschen feiern sieminster, weil wir sind differenti...